Ich hab grad gegessen. Hier wohnen Elige Fischer. Heißt ja das Gebäude, ja? Hat das einen Namen? Hafencity-Gebäude. Ah. Nee, komm echt hin. Nein, wirklich. Das ist immer krummes Ding da. Das hab ich ja voll schon gefragt. Was heißt das? Was da so eingezäunt ist? Ja, diese schiene Peile da. Ja. Ach, da fehlt noch. Können wir ja blöde Sprüche geben. Was ist denn das überhaupt hier? Sind wir hier in Bremen oder wo sind wir hier? Atemlos durch die Nacht Bis ein neuer Tag erwacht